ahoi liebe campingfreunde zu einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrt camper ja diesmal ganz klassisch auf dem wasser habe ich mein kapitän hinter mir und er bringt mich jetzt zum malibu damit ich über für euch dies messe update zum karbansalon düsseldorf 2024 machen kann der ticketverkauf startet morgen und deshalb ist es wichtig zu wissen was kostet es was erwartet euch und das gibt es alles nach dem intro noch 81 tage dann startet der caravan salon 2024 seine pforten zeit für das erste messe update auf unseren kanal und das sind die themen es gibt einen neuen hallen plan da ändert sich ein bisschen was und darüber wollen wir sprechen natürlich die ticketpreise denn morgen geht es los deshalb ist es ganz wichtig warum wir heute das video machen und es gibt natürlich empfehlungen was solltet ihr auf jeden fall erleben denn in 16 hallen und auf dem freigelände wird die welt der mobilen freizeit in allen facetten gezeigt über 700 aussteller sind wieder mit dabei präsentieren auf über 250.000 quadratmetern reisemobile caravans camper wenns zubehör passende natürlich touristische angebote gibt es und sie sorgen damit natürlich für eine unübertroffene marken und produktvielfalt der caravan salon düsseldorf ist die führende plattform für freizeitfahrzeuge und somit das herzstück der branche und der community und jetzt geht's los um uns den besuchern eine noch bessere übersichtlichkeit der angebotsbereiche und das sind ja beim caravan salon sehr sehr viele zu ermöglichen hat sich in diesem jahr die gewohnte hallen belegung leicht verändert ihr seht jetzt gerade mal ein ausschnitt von dem hallenplan und da seht ihr auf einmal die halle 7 ist nämlich diesmal unter dem motto travel and nature zum zentrum für nationale und internationale region destination und natürlich camping und stellplätze geworden früher in halle 3 jetzt in halle 7 und auf der bühne travel and nature connect und da hält man einen bekommt man einen spannenden mix aus infotainment präsentationen rund um destillationen und freizeitaktivitäten und wenn alles gut geht dann könnt ihr uns auf der travel and nature bühne sehen mehr zu mehr dazu gleich ja dadurch dass natürlich jetzt in halle 7 die travel and nature ist vergrößert sich das equipment und outdoor angebot in halle 3 neben dachzeltenklappfalt und zeltcaravans sowie zelten und vorzeiten locken equipment und ausrüstungsgegenstände rund um das auto und camping erlebnis das alles jetzt in einer halle vorher war das geteilt mit travel and nature jetzt findet ihr einfach eine halle nur equipment und outdoor ja die starter welt die war ja vorher in halle 7 ja dieser für alle einsteiger und newcomer also die erste oder die die alle eine erste beratung rund um vielfältigen themen des caravans schätzen die werdet ihr jetzt einfach auch weiterhin bekommen und dafür müsst ihr einfach nur ins freigelände ziehen zwischen halle 10 und halle 16 das ist der mittelpunkt der veranstaltung und ja wir hoffen dann natürlich auf gutes wetter aber wir empfehlen euch wirklich die starter welt also wir gehen noch mal genau darauf ein also für alle einsteiger zeigt die starter welt im freigelände worauf es vor dem kauf oder der miete von reisemobil und caravan zu achten ist unabhängige unabhängige beratung wird dort natürlich groß geschrieben das heißt das ist kein verkauf kein markenverkauf also da kommen jetzt nicht irgendwelche händler und sagt ja komm zu uns sondern es wird sich unabhängig beraten was man bei der miete oder beim kauf eines wohnmobils beachten muss es wird ein vielfältiges bühnenprogramm wieder gehen und wird richtig interessant und die experten stehen natürlich den fragen und eine individuelle beratung bieten sie genauso an also es lohnt sich die starter welt in der also im freigelände ja ebenfalls im freigelände aber das ist jetzt nicht neu ist natürlich die abenteuer selbst ausbau dieser platz ist perfekt gelegen natürlich denn gleich in halle 13 und in halle 14 das seht ihr gerade wieder findet ihr alles rund um technik und zubehör das heißt wer selber ausbauen will geht erst mal schön aufs freigelände schaut sich dann mal an was die kollegen so für tipps und tricks haben und dann ab in halle 13 14 und die guten sachen einfach dort kaufen oder mindestens gucken was es so gibt morgen am 11 juni geht's los der ticket verkauf für die wichtigste caravan messe startet ja auch wenn über 80 tage noch zeit sind ja denkt daran stellplätze im caravan center können nämlich immer erst nach erwerb der eintrittskarte bestellt werden zwar erwarten euch 3500 stellplätze aber die begehrten plätze sind schnell vergriffen daher rechtzeitig eure ticket sichern die tageskarte kostet für erwachsene am wochenende 19 euro montag bis freitag 17 euro und wenn ihr schüler student im caravan salon club im boot club oder im adhc mit die zeit dann bezahlt ihr sogar nur zwei euro weniger für kinder beträgt das tage steht am wochenende 8 euro und in der woche 6 euro und wie immer darüber hinaus gibt es von montag bis freitag ein nachmittags ticket das gilt von 14 bis 18 uhr und das gibt es für 10 euro ja wer ein wenig exklusive atmosphäre und modelle ohne zeitdruck erleben will also vor allem besucher innen mit konkreten kaufabsichten den empfehlen wir den preview day einen tag vorher am 30 august dank eines begrenzten ticken kontingents ist ein entspannter rundgang durch alle messehallen möglich die preise für den priver day liegen für erwachsenen bei 35 euro ermäßigt 32 euro wenn ihr in diesem club seid und kinder von sechs bis zwölf jahren zahlen acht euro kommen wir zum abschluss zu unserer empfehlungen denn natürlich werdet ihr so viele wohnmobile vans und kastenbar und so weiter dort sehen können aber so eine messe bietet viel viel mehr und das würden wir euch wirklich empfehlen also nehmt euch wirklich genug zeit damit ihr andere dinge erleben können wie zum beispiel die travel and nature connect bühne ist dieses jahr in halle 7 schon eben gerade erwähnt und diese halle bietet nicht nur informationen sondern auch inspiration für caravan fans destinationen regionen länder interessante vorträge und outdoor aktivitäten und der plan ist dass auch wir also stefan und ich dort einen vortrag oder vielleicht aber das muss zeitlich passen vielleicht sogar zwei vortrag zwei vorträge halten man muss ja aufpassen wie man das heutzutage zeigt ne ja die starter welt ist dieses jahr im freigelände aber gesagt also eine outdoor version gibt es davon und das ist zwischen halle 16 und 10 kann aber sein dass sich das noch ändert also bitte immer den caravan hallenplan in also im auge behalten weil vielleicht ändert sich da noch was bietet aber allen einschränken typische fahrzeuge der kategorien van alkoholenteil integrierter voll integrierter familien caravan touring caravan fight caravan dachzeit alter was es so alles gibt und das wird dort alles präsentiert und vergleichbar gemacht also es lohnt sich dort wörtlich hinzukommen wenn ihr neu seid schaut die starter welt unbedingt an ja auf der abenteuer selbst ausbau gibt es einen experten dem martin kreplin und der präsentiert euch von dem magazin explorer und wenn der lust und das findet ihr im freigelände wie seit halle 13 14 also hört euch den experten an der bietet euch viele informationen zum abenteuer selbst ausbau und jetzt es war letztes jahr schon dabei auch in diesem jahr wird es wieder das traum touren kino gehen und das findet ihr wieder in der halle 1 im ersten og raum 16 mit atemberaubten multivisions shows von interessanten themen das wird von den drei caravan experten janet emmerich uwe ham und costa arbeit durchgeführt empfehlen wir euch wirklich schaut mal vorbei nimmt euch die zeit schaut euch das traum touren kino an und dann geht ihr sofort in halle 7 und holt euch informationen dazu die programme der travel nature connect starter welt und traum touren kino findet ihr spätestens ab juli in der veranstaltung 1 in der veranstaltungs datenbank ist die einsehbar und den link findet ihr wie immer in der video beschreibung so das war unser erstes messer update zum caravan salon dieseloft 2024 treffen wir euch auf der messe was erwartet ihr von der messer schreibt uns gerne in die kommentare und sofern wir weitere spannende news für euch zum caravan salon haben dann kommt das nächste update so lange bleibt uns gewohnt bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen video unserem kanal kreuzfahrt camper ciao ciao ja Untertitelung des ZDF, 2020